Ja, erzähl uns doch was. Ne Geschichte. Ne Liebesgeschichte. Gut, da war mal ne Prinzessin. Warst die Prinzessin du? Und sie ward verliebt. Sag, wie ging das zu? Wie im Märchen immer. So ging es auch hier, weil der Prinz so lieb war. Sofort gefiel er mir. War er gut und tapfer? War er stark und groß? So einen Mann wie ihn liebt's einmal bloß. Sagt er, er liebt mich. Hat er dich geküsst? Wo mag er wohl bleiben, wenn ich das nur wüsst? Dann kommt mein Prinz du hier und klopft an meine Tür. Ja, wann nimmt mich mein Prinz heider heim? Und schütt mich in ein glückendes Land. Na, wachs! Erst wenn er hier wird sein, zieht wie der Flöding ein. und schütt mich in ein glückendes Land. Untertitelung des ZDF, 2020